Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen in Dark Souls in der guten Akromat. Ja, wir bewegen uns jetzt ganz schön auf die Andeckburg zu und da vorne warten sie bereits. Ach, ist ein Traum. So, alle kaputt hauen. Noch geht's noch, noch halten die echt nicht viel aus, aber wenn die dann mal richtig Zunder haben und richtig zuschlagen, dann bin ich früher oder später wohl mal richtig derbe am Arsch, glaube ich. So, nur gut, dass ich mich hier schon ein bisschen auskenne. So, geh mal weg. Äh, geh weg. So, danke. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die ganzen Items hier lagen. Das weiß ich nämlich nicht mehr so ganz hundertprozentig. Hab hier schon Items lagen. Weiß es nicht. Okay, sieht nicht so aus. Dann gehen wir durch diesen guten Schatten hier. Das ist die Nebelwand. So, hier wartet noch keiner. Und jetzt muss ich hier extrem aufpassen. Weil hier wird's, glaube ich, ganz schön haarig. Okay. Da geht's nicht. Hier kommen dann die ersten. Ja, da kommen die ersten. Oh, wow, wow. Ja, ich vergaß. Der Drache, der ist auch noch da. Ah ja, der Drache, ey. So, da die ersten. Okay, dann Sperrtypen hier, die total meine Freunde sind. Ja. Das hat voll geklappt. Wir machen erstmal den Typen da hinten. Der geht mir voll auf den Sack. So, geh mal weg. Geh mal weg, hab ich gesagt. Weg. Weg. Okay. So, du bleibst da hinten. Ah Gott, Junge. Weg. Geh. Weg. So, dankeschön. So, die Mauer genauso kaputt. Ja, ich hab einiges dazugelernt. Ist schon cool. Ach ja, so. Keine Ahnung. Wir könnten ja jetzt erstmal... Ja, wir gehen erstmal zum Leuchtfeuer. Und dann machen wir mal... ...den guten Taurus-Demon, dann denke ich mal. So, das Holzschild. Weiß jetzt nicht, ob ich das nehme. Ah, weiß ich noch nicht. So, die sind alle weg. Die müssten gleich kommen. So, dann raste ich hier mal. Und eventuell... Warte mal, eventuell könnten wir ja eigentlich... ...uns schon mal menschlich machen. Weil wenn ich invasiert werde, falls es denn klappt... ...wäre das ja noch eine coole Sache obendrauf. So, jetzt bin ich menschlich. Und jetzt läuft das nämlich auch. Die Frage ist... ...sollte ich meine Menschlichkeit nicht lieber zum Heilen aufheben? Ich weiß es nicht. Okay, weg. Gott, Gott. Ja, geil. Geil, geil. So, die kümmern mich jetzt nicht gerade so. Dann gehe ich jetzt hier durch. Trinke was. Und hoffe, dass ich hier jetzt im Leben durchkomme. Genau, sehr schön. Sehr schön. Äh. Einfach alle... Irgendwie... Ah, das ist der Feuertyp. Der jetzt hier schon wartet. Ah, nicht heilen. Das halte ich für eine uncoole Sache. So, der ist tot. Scheiße, Mann. Gott, ey. Das kann ja echt was werden. Ja, zum Glück kann ich mich heilen. Das kann ich hier nicht öffnen. So. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Dann gucke ich hier rein. Der dürfte... Ah, der ist sogar da. Okay. Zwei. Oh, 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 oh. Trink was. Danke. Okay. Ist jetzt gerade wieder einer runtergekommen? Nee. Nee. Okay. Wo, wo, wo. Ach so, der kam wahrscheinlich von hier hinten. So, was hatte der drin gehabt? Ach, eine schwarze Feuerbombe. Oder schwarze Feuerbomben. Und hier müsste ja eigentlich auch was liegen, oder? Nee, hier stand nur der Gegner, ne? Weiß ich alles gar nicht mehr so richtig. Naja, dann nach oben. Wo die anderen Viecher hier schon warten. Oh. Was macht denn der jetzt da? Verdammt. Jetzt sind es wieder so viele. Okay. Alle nacheinander weghauen. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Okay. Nein, das war falsch. So. Klappt das? Es klappt. Sehr schön. Kaputt hier hauen. Mann, Mann, Mann. Das ist ja richtig anstrengend hier. Also noch anstrengender als damals beim ersten Mal irgendwie. Jetzt kommen die hier alle noch. Und um mir hauen. Okay. Die da oben könnten jetzt theoretisch schon weg sein. So, das machen wir auf. Dann holen wir uns die Blitz... Das Blitz-Item hier. So, die sind auch alle weg. Aber theoretisch müsste ja auch noch der schwarze Ritter hier kommen. Die Frage ist, wo ist der? Wo ist der hin? Oder ist der noch da unten? Und der wurde noch gar nicht gezogen. Okay, nee. Der strampelt hier schon irgendwo rum. Okay. Dann holen wir uns das Item hier. Der ist ja eh weg. Ich höre ihn auch gerade gar nicht. Dass der... Nachteil... Äh, wenn man keinen Sound anhat hier gerade. Ach, da ist er. Okay. Ja, da ist doof. Scheiße. Nein. Ach, kacke. Oh Gott, oh Gott. Das kann ja was werden. Ja, der zweite Tor. Ach, leck mich am Arsch. 5000 Seen. Hu. Hu, hu, hu. Ja, das ist das erste Mal, das so richtig Seen hier gibt schon. Das geht ja relativ früh los. In Darks Woods. So, dann machen wir dich jetzt weg. Ist der schon down? Okay. Okay. Ah, kacke, ey. Ach so, ich war ja auch menschlich. Ja, gut. Äh, werden tendenzmäßig bringt das hier ja eh nix. Alter Vater. Okay. Boah. So, ein paar weghauen. Oh Mann, ey. Scheiße. Ja, ich hätte, ich glaube, ich kindle gleich mal das Feuer hier. Beziehungsweise entzünde es. Ich entzünde es. Das macht, glaube ich, Sinn. Auch wenn ich jetzt wieder mal ein paar Sachen... Ah, okay. Die sind alle drin schon. Dann... Muss ich für menschlich sein, ne? Glaube ich. Entfachen geht nur, ja. Das hat Hülle nämlich nicht möglich, genau. Deswegen entfachen wir das. Und machen wir uns direkt menschlich. Ach ja, schön. So. Scheiße. Und es geht direkt los, ey. Es geht direkt los. Ich komm gar nicht dazu, hier irgendwas zu machen. Weg, Mann. So. Entfachen. Danke. So. Schafft er es? Ja, er schafft es. Und da kommt schon direkt der nächste Pfeil. Geil. Na ja, dann machen wir das jetzt halt so. Ah, scheiße. Das hat geblockt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Komm, komm, komm. So. Weg. Und kaputt. Na gut. Ach Gott, ey. Da kommst du ja ins Schwitzen, ey. Meine Fresse. Scheiße. So. Mach mal so. Tja, ich hab's nämlich geahnt. Ich wollte eigentlich, ich hab, es hat mich gewundert, dass es das letzte Mal so gut ging, dass ich nichts von dem Dingens abgekriegt hab. Von dem Feuer. Okay. So. Ein nacheinander. Wow, 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 wow. Geh weg. Danke. Oh. Alter Vater, ey. So, einer ist down. Der nächste jetzt auch gleich. Scheiße. Ich dachte, er wirft. Nein. Jetzt alles in den Rücken. Und da kommen die Nächsten. Muss mich beeilen. Und Feuer. Und ah. Ja, scheiße. Schön reingesprungen. Okay. Zack. Weg. Ach, das war gar nicht der Feuerfuzzi. Mann. Ich wollte eigentlich die Feuer... Ich überlege gerade echt, ob ich die Brandbomben hier jetzt schon nutze. Aber eigentlich wollte ich das ja für den guten Typen da aufheben. So, ich heil mich mal, um ein paar Flask zu schützen hier. Okay, der ist down. Komm, noch einen. Und sehr gut. Ah, Gott, ey. So, keine Items. Kommt da einer? Nee. Ah, der kommt aber hier. Wow, 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 wow. Einfach durchhauen. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Nein. 4.000 Seelen stehen auf dem Spiel. Ja, das könnt ihr nicht machen. Okay, ich war fast schneller. So, wir trinken jetzt alle beide was und dann sind wir alle Freunde. Nee? Okay. Dann eben nicht. Mann. So, bist du weg. Dann haben wir gleich noch den guten Todesritter, wollte ich schon sagen. Den guten schwarzen Ritter da am Arsch. Da vorne ist er. Da vorne ist er. So, dich werfe ich einfach mit Brandbomben kaputt. Das kennst du ja schon. Quasi aus der ersten Staffel. So, ich weiß gerade nicht, ob ich hier richtig lang laufe. Hier muss ich durch, ne? Ja, okay. So, weg. Scheiß. Nein. Nein. Die Seelen. Kacke. Ja. Mit der Scheiße. Ach, ich kotze. Jetzt schon. Wunder auf untoter Mission. So. Ach, kotzen hier. Direkt zu Beginn Seelen verloren. Klasse. Na gut. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Ich komme durch. Ah. Aber es ist echt nicht einfach. So. Ach, kotzen. Kotzen. Ah. Boah. Mann, Mann, Mann. Ey, kriegst du echt Plack bei den Viechern, ne? Na, es ist ja echt nicht einfach. So. Wir hailen uns erstmal, bevor wir da reingehen. So, die anderen Viecher kommen hoffentlich erstmal nicht so ganz schnell. Da sind wieder welche. Oh, Mann, ey. Scheiße. Direkt vorbeigesprungen. Ja, schön. So, vielleicht sind die jetzt ja schon unten hier. Und dann kann ich zumindest. So, wir machen das so. Und dann kann ich ein paar mehr töten. Direkt der schöne Schaden. Ach, kacke hier. Okay, jetzt. Alle beide. Komm. Nein. Oh, 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 oh. So, und du noch. Komm. Du auch noch. Du kriegst auch was ab. Ach, Mann, ey. So, warten da draußen schon die nächsten. Ich bin bereit für alles. So, komm. Meuchel. Alter, Vater, ey. Oh, da kommt der Nächste. So, zack. Ich hau jetzt einen nach dem anderen weg. Ich bin der Terminator. Alter. So, wieder 2000 Seelen. Nein. So, nein, das war falsch. Du solltest das nicht machen. So, nein. Wieder. Sie wollen gerade nicht springen. So, hopp. Bauen wir jetzt. Und kaputt. Ach, ich liebe diesen Angriff. Warum habe ich den eigentlich so... spät entdeckt? Ich weiß es nicht. So, alle kaputt hauen. Komm. Oh, 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 oh. So, aber gleich müsste auch noch... der gute schwarze Ritter kommen. Ja, der gute. Ah, da ist noch. Den habe ich übersehen gerade. Oh, in den Rücken. Na? Komm einfach mal her. Und mach das Schild runter. Na, komm. Jawohl. So, dann gehen wir nochmal hoch und machen den Futsi mal noch weg. Der hat sie irgendwie jetzt die letzte Zeit gar nicht so gemeldet. Deswegen habe ich den einfach mal gelassen. Okay. Dann geht's jetzt rund mit dem schwarzen Ritter. Ähm. Ah. Ich renne. Ich renne. Zu meiner schönen... Ah, so. Da ist er. Da ist noch ein Item. Ach, siehste mal. Das habe ich total vergessen. Und die alle von hier oben sind ja schon unten. Okay. Da unten brennt es schon. Wieso brennt es denn eigentlich? Da brennt es unentwegt. Okay. Ähm. Da taucht er auf. Okay. Ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Okay. Dann hauen wir den mal von hier oben runter. Die Frage ist, wie machen wir das? So machen wir das, ne? Ja, so machen wir das. So. Einen nach dem anderen draufhauen. Und dann wird das hier... Oh. Die Framerate geht gerade ganz schön runter. Warum? Ist die Festplatte etwa voll? Ich hoffe nicht. Ah. Jetzt geht's wieder okay. Wer weiß, was das war. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es auch mit der Mod nicht ganz so klar hier. Ah. Er ist ausgewichen. Du Fuchs. So. Jetzt peimen wir uns noch schnell. Und dann springen wir mal runter. Und machen den so. Oh. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Weg, 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 weg. Geh weg. Geh weg. Alter, du dummes Schwein. Was war denn das jetzt? So rumgehampelt, ey. Ach, naja, gut. Dann in der nächsten Folge, liebe Freunde. Da klappt dann der gute Black Knight, Schwarze Ritter, dran. Und dann mache ich auch den Taurus-Dämon. Und naja, ich muss jetzt direkt abmoderieren, weil die Viecher kommen ja jetzt schon. Äh. Ich bin hier nirgendwo mehr sicher. Hilfe. Okay, macht's gut, bis morgen. Hm. Nicht Willie. Hm. Vielen Dank.